Ich glaube, wir haben diese Episode so viel verpasst. Verdammt. Ich glaube, wir haben sehr viel verpasst. Weil wir sind ja schon halb durch. Das heißt, quasi alles, was auf der ersten Seite steht, wird wahrscheinlich... Ja, so viel zu meinem Vorhaben, alle Fotos bei diesem Durchgang zu kriegen, ne? Schade. Mir sagt auch nicht wirklich was von diesen Teilen was. Fußspuren. Irgendwo hatten wir wohl zwei Eichhörnchen sitzen. Das mit der Walflosse sieht aus, als wäre es wieder beim Two Whales, aber es kann ja nicht sein. Aber es sind ja in dieser Episode auch die Wale gestrandet. Keine Ahnung. Wir verpassen nichts, wir gehen gezielt dran vorbei. Von meinem Mietshaus haben wir einen schön verwilderten Grünstreifen. Dort im dichten Unterholz wohnen die Füchse. Ich sehe sie fast jeden Morgen, wenn ich aufstehe. Oh, wie toll. Schönsten war es ja, wo sie durch den Schnee getappelt ist. Oh, wie toll. Oh, da bin ich ein bisschen neidisch. Ich habe hier nur einen Igel und ein paar Eichhörnchen im Garten wohnen. Ein Fuchs, das ist ja geil. Ach, da fliegt schon wieder die Drohne rum. Okay. Ich gehe einfach erstmal außen rum. Guck mal, ob ich hier irgendwas entdecke. Ich fürchte, ich muss für mich mal gerade einen Ticken lauter machen. Sonst höre ich meine eigene Stimme nicht so. So, alles klar. Ah, guck mal, da ist ein kleiner Steinhögel. Ist der das? Steinmännchen. Da ist er. Das heißt, wir können jetzt nachgucken, wie viele Fotos wir verpasst haben. Oh. Kommen die alle noch? Aber wir haben doch schon von Episode 4 einiges... Ja gut, wir haben letztes Mal, glaube ich, nicht so viel gespielt. Wir haben sehr viel diskutiert, wegen der Geschichte mit Chloe und der Alter. Alternativen Realität, glaube ich. Okay, woher kommen die Röcke? Das ist zu Blair Witch für mich. Ich glaube, es könnte tatsächlich sein, dass wir das letzte Mal so viel Zeit in die Diskussion gesteckt haben, dass wir gar nicht so viel von Episode 4 gespielt haben. Ich hoffe, wir schaffen die aber trotzdem. So, was haben wir hier noch? Brüllt, wenn ihr Eichhörnchen seht. Was? Wir sprechen erstmal die Wale, glaube ich, an. Ich kann nicht mit dem Eichhörnchen auf dem Eclipsen und die Beeched-Wales. Ich hoffe, dass die Wissenschaftler ein paar Ideen hat. Warren und ich sind zu verabschieden, die Erinnerung und Theorien dieses Wochenende. Oh, er fragt dich? You know, science geeks stick together. But honestly, neither of us can explain this phenomenon. It's pretty scary. I need to find Nathan. Have you seen him around? Ask Warren. I mean, you're going to the movies with him and everything. Okay, Brooke. But right now I'm trying to find Nathan. Warren's not good enough for you? Okay. I saw Nathan pissed and walking off campus earlier. Good luck getting that date, Max. Ich glaube, das spulen wir zurück. Ich glaube, sie rennt sonst, ähm... Oh nein, ich kann das nicht zurückspulen. Oh, wie fies. I might feel better taking your drone for a quick flight. Miss Grant finally gave up and let me fly her again. But you're going to the drive-in with Warren, so you don't have time to fly my drone. Really? I can't fly your drone, because I'm going to see Ape-Movies with Warren. You are perceptive, Max. Now, excuse me. My drone needs me. Good. Nathan is not around. I should go back to Chloe. Die ist... Jetzt kann ich spulen. Die ist echt pissig auf uns. Also, so richtig. Okay, da sagt sie das Gleiche, wenn wir nicht vorher noch Nathan fragen. Dann fragen wir nur nach den Wahlen, glaube ich. Ähm, hi, Julia. Guten Abend. Und... schön, dass du auch vorbeischaust. Da ist... Redet ihr über uns, da hinten? Ich glaube, sie hat gerade gesagt, dass es ironisch wäre, dass Warren uns ins Kino eingeladen hat. Okay. 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 They are scared, too. Look at the weather. And the animals. Not to mention poor Kate Marsh. We all need to look out for each other these days. Mm-hmm. That's cool to see that Samuel's not alone for once. How are you doing, Max? Been a tough week. I know. Yes, it has, Samuel. How are you? Sad and confused, like everybody else in Arcadia Bay. Okay. You look like you have a lot of questions, too. Sie ist ja ein verliebter Teenager. Natürlich ist sie gemein zum Max. Ja, schon, aber... Ja, gut. Als Teenager ins Kino gehen ist schon... Ist schon was Größeres, ne? Ist nicht so wie... Naja, wie wenn man es heute macht, mit einem Freund einfach ins Kino zu gehen. Das ist eine andere Geschichte, glaube ich, damals. Oder früher. Wenn man was jünger ist. Ähm, wonach fragen wir ihn denn? Tiere, Menschen, Arcadia Bay. Erstmal nach den Tieren. Ich habe definitiv Fragen über was passiert mit den Arkanen in Arcadia Bay. Oh, viele haben. Diese Schäuze haben keine Wahls zu sehen, was passiert mit ihnen. Wie kann jemand erklären, alle diese Schäuze, schäuze, schäuze? Mein Vater war ein Fischer, und er hat mich raus, um die Schäuze singen. Und jetzt, sie, sie, sie schäuzen. Du glaubst, das ist eine Art ecodisaster, oder? Ich glaube, es ist mehr als das. Einige ist, dass alles das passiert. Du glaubst, Samuel? Du und Arcadia Bay sind mit Zeit und Zeit. So, next time I have a question, I'm coming to you. What do you think about all those dying birds? Samuel had to bury dozens near the Tabanga. Is that cool with the Tabanga? We'll find out if the souls of the bird move on. Not that we can prove it. It's so ominous. Unless it's fate, then it doesn't matter. Well, I'm glad to see your squirrels are still healthy and happy on the campus. Me too. If something happened to them, oh. Not as long as you're here to take care of them, Samuel. The only thing that calms them is food. Lots of food. Which reminds me that I have to feed them now. Ah, guck mal, jetzt können wir da noch eins mit anlocken, oder was? Get that food in your belly. Ah, guck mal. Jetzt müsst ihr euch nur noch richtig hinsetzen. Ah, tut ihr schon. Okay. Ah, sehr cool. Okay. Okay, das Foto hätten wir auch. Dann quatschen wir mal mit Miss Grant. Das geht's aber fix mit den Fotos. Ja, weil man im ersten Teil wohl kaum welche machen konnte, ne? Es fehlt uns ja da eigentlich nicht wirklich was. Und jetzt muss man das ja möglichst schnell alles hintereinander noch reinpacken. Wobei uns halt das erste Foto fehlt, aber ich weiß nicht, welches Fenster das war, was uns da fehlt. Irgendein Fenster, wo eine Kette dran hängt. Aber ich hab ja alle Fenster eigentlich im Haus abgesucht, deswegen keine Ahnung, wo das war. Ich weiß es nicht. Egal. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das ist das, was deine Definition ist. Aber ich würde gerne mehr Freundschaften an Blackwell, weniger Bully. Esklar. Esklar, nach dieser Woche. Ich auch, Miss Grant. Also, du willst du nicht woher Nathan ist? Ich habe ihn mit dem Kampus vorhin. Aber du hast dich mehr auf deinem Gehirn als eine Frage. Ich glaube nicht, dass die Verkaufelung helfen würde, Kate Marsh. Wer braucht Verkaufelung, wenn wir Maxine Carfield haben? Du hast eine Wunderschöne Sache gemacht. Und jetzt müssen wir sicher, Kate bekommt die Hilfe, die sie braucht. Du musst mit einem Künstler sprechen sprechen? Blackwell Academy braucht die Hilfe. Es gibt etwas Schreckliches hier. Du siehst, nicht wahr? Diese Woche hat es nicht die besten Zeit Blackwell. Aber ich und einige Fachkräfte nicht warten bis alle Studenten hier fühlen sich sicher. Nicht bullied. Kate was drugged at the Vortex Club Party and bullied by them until she ended up on the roof. How do you stop that? Shut down that damn Vortex Club for a start. I don't mean to get riled up, but that party should have been postponed. It's extremely tasteless given what happened with Kate. Wen sprechen wir denn an? Ich glaube die Prescott Familie. Do the Prescotts have anything to do with the Vortex Club? Vermutlich. They don't get all their money from car washes. No they don't. But membership has its privileges. Especially when your father is Blackwell's biggest sponsor. This elitist nonsense has no place here. You're right. I just wish this could be the school that I dreamed about before I came here. I hear you Max. I love seeing you and Warren and all my students at your best here. But you're all too young to be so cynical. But you truly give me hope. I was hoping you could explain some of these crazy things happening in Arcadia Bay. If I could, I'd be collecting my Nobel Prize in Science today. I haven't been able to wrap my mind around that eclipse, much less the snow and whales. I think this is beyond science. Nothing is beyond science except for our lack of knowledge. We may never know why. But that doesn't change reality. I am worried about reality. I feel like it's changing right in front of us. You and Samuel both. We were talking about that before you came over. Our planet is changing, but it's not mystic. It's erosion. You think that's why all these animals are dying here? Well, our shoreline has been receding. Not to mention the daily contamination of the ocean. That's all you need to kill off sea and wildlife here. Unless you know something I don't. What about wormholes and chaos theory? I like time travel stuff. The only wormholes in Arcadia Bay are underground. And chaos theory is just that. But if this is about time travel, sign me up. Would you really change time? Not after reading that Bradbury story. A sound of thunder. I won't give it away, but it involves dinosaurs and butterflies. Time is like a thread, Max. One tug and it all can unravel. I'm sorry, Miss Grant. I have to get going. I'll see you later. It's always good talking to you, Max. Hm. Hm. Okay. Können wir hier noch mit jemandem quatschen? Enjoy the big game, Zachary. I hope it's not the last. Zachary schonmal nicht. Äh, nee. Warte mal. Warte mal. Wie konnte man nochmal... Nein, 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 nein. Stop, stop, stop. Stop. Oh, ich wollte nicht spulen. Ich wollte joggen. Nicht spulen. Das war ein Mist. So, da joggt man. Okay, wir müssen nochmal schnell das Gespräch mit Scrant durchspulen. Quatschen einfach alles durch. Oh, kacke. Das hatten wir noch gar nicht. No way. Ich muss nur, äh, fragen ihn eine Frage. Ich habe ihn auf der Kampus gesehen, wie angrierst als üblich. Aber ehrlich gesagt, Max, Nathan hat nicht so gut gemacht. Oh. Du vielleicht wissen mehr über das als ich. Too viel. Ich kann sagen. Du hast mehr als eine Frage auf deinem Kopf. Vielleicht fragen, Nathan, ist nicht so eine gute Idee, gerade jetzt. Du hörst mich, Max? Ich glaube, dass die Verwaltung nicht so gut ist. So, das hatten wir schon. Und dann... Ähm, können wir uns auch das neben ihm anhören? Ich höre uns einfach die anderen Alternativen mal eben an. Freunde bei der Nase, schön. Ja, das hatten wir schon. Ähm... So, ähm... Pocht so auf die Wissenschaft und redet dann davon, dass hier viel Energie in der Luft liegt. Das ist komisch. Ähm... Ah, hier Vatox. Schönen guten Abend. Wer von euch kocht mir jetzt was? Oh, ich fürchte, Zombie, das musst du selber erledigen. Finanzielles Desaster. Gut, dass du die 500... Äh, 5.000... 500.000... 5.000 Scheine hast mitgehen lassen. Ja, aber die waren ja nicht für die Schule gedacht. Die waren ja von der Schule als Spende. Ne? Deswegen. Wir haben ja nicht der Schule direkt Geld geklaut. Man macht's irgendwie auch nicht besser so im Nachhinein, oder? Es klingt so oder so falsch. Ähm... Ich bin dafür, Pokémon Go wieder abzuschaffen. Warum das denn? Warum willst du denn Pokémon Go abschaffen? Ähm... Ich reg mich in den letzten Tagen nur ein bisschen... Ähm... Ja, es ist ja noch nicht lang draußen, aber die letzten zwei Tage über Pokémon Go auf, weil... Ich kann mich nicht einloggen. Und wenn ich mich einloggen kann, dann findet er irgendwie, äh... kein einziges Pokémon. Also... Ich bin froh, dass ich in den letzten zwei Tagen mich einmal, einmal einloggen konnte. Und einen Pummel aufgefangen hab. Und das war's bei mir mit Pokémon Go. Viel mehr ist nicht. Aber naja, es gibt Schlimmeres, ne? Es gibt wesentlich Schlimmeres. Was steht hier? War das vorhin... Das war doch vorher noch nicht da. Ach. Building Permit, Accessibility Upgrades. Start your delayed until further notice. Ach, das waren Umbaumaßnahmen hier für das Gebäude. Oh Gott, jetzt fühl ich mich noch schlechter. Jetzt fühl ich mich noch schlechter, dass wir's mitgenommen haben. Es ist ja jetzt tatsächlich offiziell, dass er... Dass der Direktor das tatsächlich hierfür einsetzen wollte und nicht, ne? So unter der Hand verschwinden lassen wollte. Hm. Alissa, why you play hard to get when you already had to want? Was ist das denn, Alter? Es ist... Diese Schule! Nur Bekloppte hier. Oder fast nur. Wenige Ausnahmen. Stream doch einfach so schief, Ding. Nein, das mach ich nicht. Ich bin heute fast dreimal von Autofahrerinnen überfahren. Und zweimal eine Ampel, einmal auf einem Parkplatz. Das ist okay, weil die gezockt haben. Dabei ist es dich doch noch. Ja, Nootien. Das ist halt so, mit den Entscheidungen von dem Spiel muss man nachher leben. Und guten Abend, Simty. Schön, dass du vorbeischaust. Ich bin ein Wannabe-artist. Du bist hier nicht hier für ein Fotografer. Das ist meine Arbeit. Look at das Schatz you did von mir. Incredible. Und das ist deine Art. Dein Geist. Ich fühle mich besser jetzt. Du bist gut, Max. Hast du mit jemandem gesprochen, was mit Kate passiert? Ich habe nicht mit jemandem gesprochen, Max. Aber ich habe eine schöne Gespräche mit Luke. Sie können nicht stoppen sprechen, wie du auf dem Ruf bist. Ich glaube nicht, dass das richtig ist. Aber ich verhäte, was sie bedeutet. Das wichtigste ist, dass Kate besser wird. Und wird Justice. Ich höre das, Max. Sie ist die sweetest, most genuine Person I've ever met. Ich habe nicht gebeten von Blackwell-bro-holes. Aber ich habe keine Frau mit Kate. Ich liebe diesen Revolutionärer Daniel DaCosta. Nur wenn ich die Revolution aus meiner Schatzbuch habe, Max. By the way, hast du gesehen Nathan Prescott? Du meinst, seitdem? Like, any time heute? Ich sah Jefferson mit Nathan mit Nathan ein bisschen vorhin, aber ich versuche, dass er aus seinem Weg ist. Ich habe genug Asso's, um hier zu tun zu tun. Hm, was raten wir ihm denn? Er fühlt sich ja offensichtlich bei sowas nicht wohl, ne? Aber sich so ganz zurückzuziehen, ich weiß es nicht. Oh, wer habe ich mich eigentlich? Dann gehe ich jetzt halt kochen. Alles klar, Zombie Fritte. Guten Hunger. Die haben während der Fahrt gezockt. Das ist schon hart. Es gab auf dem Parkplatz bei mir vor dem Haus auch schon drei Unfälle, weil ein Pokestop da ist. Boah, das ist aber krass. Das ist krass. Also ich meine, man ist ja schon, ne? Ich versuche das Handy immer komplett aus der Hand zu legen, wenn ich Auto fahre. SMS schreiben und telefonieren ist ja schon an der Grenze, ne? Also wenn, dann nur mit Freisprecheinrichtung. Ähm, wegen Aufmerksamkeit einfach beim Fahren und so weiter. Aber dann tatsächlich ein Spiel dabei zu spielen, das ist... Pfff. Das ist krass. Das ist genau, warum du zu dieser Party gehst. Du kannst ja auf nichts mehr reagieren. Wir müssen uns an diesen Blackworld-Bullys für Kate stehen. Du bist nicht alleine, Daniel. Nicht mit dir, dass du mich aufhörst, Max. Oh, verdammt. Oh je, hoffentlich läuft das heute Abend auf der Party nicht doof für ihn. Ach so, ihn können wir nicht mal anschauen. Hm, da auch nicht. Was haben wir hier noch? Ist das was Neues? Ich glaube, das stand schon an dem Baum. Der ist doch auch breit, oder? Selbst auf dem Rad im Wald ist schon grenzwertig und mein Handy ist fest am Lenker, ja. Ja, halt alles, wo du schnell reagieren können musst bei dir, weiß ich nicht. Dir kann ja auch ein Kind irgendwie in den Weg laufen, ne? Das ist dann schon echt übel. Ich finde, sie haben es in meinem kleinen Städtchen mit Pukka-Arenen übertrieben. Zehn Stück ist doch etwas arg, oder? Ich überlege, ich habe bei mir im direkten Umkreis drei. Und der Umkreis ist relativ groß, den ich damit meine. Zehn ist dann schon, ist schon viel. Ich bin so cool, wenn du und ich gehst hier zusammengehst. Aber jetzt kannst du mit Herrn Jeffersonen all zu dir selbst. Ach, du schuldigst. Jetzt gehen wir in der Blackwall-Ninja-Mode. Es ist so schlimm, dass sie keine Koe-Dorms haben hier haben. Ja, weil ich will Nathan Prescott in der Nähe von neben mir. Good point. Wait, hier. Gib mir das Signal, wenn Nathan oder jemanden kommt. Ich werde nicht, Bat-Max. Das sollte ja nicht so schwer zu finden sein eigentlich, wenn es ähnlich beschildert ist wie bei uns bei den Mädels. Bei mir im Umkreis waren es ca. 4 Kilometern. Okay. Ja, das ist dann bei mir das, wo ich sagte, da habe ich 3. Das ist viel, wenn du da 10 hast. Wirklich viel. Wie kann man so schnell SMS tippen? Vor allem auf dem Touchscreen. Ähm, woher fängt es denn an? Ich glaube hier, Supermax, falls du sie noch brauchst, Nathans Zimmernummer ist die 111. Kate, du bist klasse, danke. Ich liebe es, wie du meine innere Rebellin wächst. Du bist längst eine Rebellin, vertrau mir. Immer und sei bitte vorsichtig, okay? Na klar, ich halte dich auf dem Laufenden, das weiß ich doch. Na cool. Schauen wir mal, was haben wir hier hängen. Ist das immer noch das Tablet? 15. September wurde mein Rucksack mit all meinen Schulbüchern und meinem neuen Tablet aus der Cafeteria gestohlen. Die Schulbücher sind mir egal, aber auf dem Tablet waren viele Fotos meiner verstorbenen Katzen hier. Das ist das, was wir schon kennen. Ach, habt ihr den Smiley gesehen? Oh, der ist ja süß. Der ist mir im letzten Mal gar nicht aufgefallen. Das Ende der Gelegenheitsspieler. Tritt den Gamergeist bei. Wir spielen und analysieren jede Woche ein anderes Spiel. Von Call of Duty bis World of Warcraft. Von Strategie bis Shooter. Lass die Spiele beginnen. Freitags, Wexler Media Center, 19 Uhr. Wer ist denn da drin? Ja. Man kann sie ja beide hören. Ich könnte mich in den Hintern beißen, mir ist ein Pikachu entkommen. Ich hätte mal besser vorher gewusst, dass man auf Pikachu warten kann bei den Startern. Das hat mich dann im Nachhinein geärgert. Aber gut. Ich bin eine Weile aus dem Chat raus Chips futtern. Keine schmierigen Hände an der Tastatur. Alles klar. Kann ich nachvollziehen. Dann bis gleich. Was haben wir noch? Sicherheit geht vor. Verhüten vor Verlangen. Benutze immer Verhütung und sichere deine Zukunft. Ja, das ist ihm in der Tat durchgegangen. Evan. Natürlich. Das ist, warum keine Scheisse gab. The Vortex Club sucks ass. Super Spruch. Die Start-Pokémon sind später seltener als Pikachu. Oh, gut zu wissen. Dann kann ich mich ja über meinen Glomander doch ein bisschen freuen. Oh, Skunkweed und Videogames. I sense Hayden is near. Aber dass die überhaupt nicht auffliegen, wenn die das so eindeutig hier auf die Schilder malen. Lass dich nicht mobben. Wenn du das Opfer von Mobbing bist, bist du nicht alleine. Schließ dich unserer monatlichen Selbsthilfegruppe und Diskussionsrunde an. Vertraulichkeit garantiert. Kontakt. Es sorber at blackwellacademy.id Es gibt kein einzigartiges Bild der Realität. Achtung, Schwuchtel-Alarm. Okay. Können wir das abreißen? Ich würde es gerne entfernen. Hm. Schade. Okay, wir können es leider nicht abreißen. Okay. Wer auch immer. Die Bigfoots lassen die Erde erzittern. Entdecken sie Oregons größtes Geheimnis für Infos und Merchandise. Bigstuff at bigfootball.trog Ach was. Sag bloß. The Prescott's rule this town. Hm. Nein, das ist bestimmt nicht Nathans Raum. Das sieht, kann nicht sein. Muss jemand anders gehören. Weine, Hipster, weine. Ich sag halt, diese Schule. Nobody here learned anything about bullying. Genau das. Okay. Interessante Graffitis, beziehungsweise Sprüche auf der Toilettentür. Ich glaube, mehr können, oder? Warte mal. Ach, guck mal, da können wir Fotos machen. Every photographer should have one blurry Bigfoot shot. Okay. Guck mal, jetzt haben wir tatsächlich die eine Seite fast voll, bis auf dieses blöde Fenster. Das ist ja schon mal was. Das ging jetzt in der Tat sehr schnell mit den Fotos. Das ging jetzt in der Tat sehr schnell mit den Fotos. Das ging jetzt in der Tat sehr schnell mit den Fotos. Das ging jetzt in der Tat sehr schnell mit den Fotos. Das ging jetzt in der Tat sehr schnell mit den Fotos. Untertitelung des ZDF, 2020